Peter, du hattest Barrikade, ne? Ja. Okay. Sprechen wir ab, wer wann wird. Ja. Von uns sind alle da. Nee, Moment. Irgendeinen hab ich jetzt grad nicht gebufft gekriegt. Nee, Uwe braucht noch Buffs. Bukas. Wo kann man es denn irgendwann hören oder gucken? Äh, warte, ich schreib's dir ins TeamSpeak. Ja, mach ich. Sind alle da in ERAS? Nee, noch nicht. Jetzt. Sticken dann bitte. Oha. Oha. Oh, ja. Oha. Nee. Ist das unser. Neuzugang? Ja, sieht so aus, ne? Was? Ach ne, das ist André. Ne, das ist André, ach so. Stimmt, die hat, was hat die? SKY, nicht 2, ja, ja. Aber unverschämte drei Bahnen von uns online, hallo? Wir singen so gerne. Ist die Begründung voll? Nein. Ne, ich glaube, der hat Gruppe. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ne, ist Solo. Peter, ich habe BG auf Celo, beziehungsweise auch Kroni, je nachdem. Ja, das ist mir jetzt eine Rumpel, mir brauchst du kein BG geben und es gibt auch kein BG. Okay. Ne. Hast du überhaupt? Ja, du hast auch, ne? Ne, ich bin doch... Du bist WL, ja, stimmt. Genau, ja, dann bist du eh nicht. Ne, das ist die Tastatur von Lea. Das wird meine Tastatur gewesen sein, als der Luffy eben gesprochen hat. Da rechts ist was. Das war's. Das ist egal, Mama. Das ist gut, no? Juhu! Netz links! Zelo, ich bin geroutet! Zelo, ich bin geroutet! Ich bin... Max-chan! Ich bin bei dir! Bleib stehen! Das wird gesmited! Okay Okay Ich bräuchte wieder Speckdecks Kommt Heiler unter Wasser! Ich mein, hab ihn im Ziel Wo? Richtung Süd, 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 Ofer Schau mir, Stone Kamar, wechsel mal auf den Zwerg Kersir Sehen wir jetzt kommen Richtung Westen am Hang noch Da haben sie gewandt Alles down Wann auch? 11 Haben sie ein paar zusammengetan, ne? Mhm Alle wieder fit? Hatten wir Verluste? Ja Ja, ich glaub schon Ja, der, der ist es Okay Ich dachte, du hast einen Drang Aber ich würde mal starten Kurz einmal Speck debuffen, ne? Ja, Luki, son, Decksquick Ich denke Ja 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 Hast du Barricade geschmissen? Nee, hab ich nicht. Ich mach bald nix. Ich mach bald nix. Ich mach bald nix. Ich mach bald nix. Ich laufe nicht mit Endoran. 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 männer und zehn rubys ja aber hat nichts in der birne außer kiesel wenn der turm nach uns gehört können die subs reingehen ss bereit halten die runde geht links rum die rechts rum so ss läuft die sind glaube ich drin ja der turm ist weg so ss läuft die sind glaube ich drin ja der turm ist weg so ss läuft die sind glaube ich drin wir gehen nicht rein weil wir kommen nicht rein ne uns lassen sie nicht rein ich komm nicht rein ne ne der ist ja schon blau ah aufmachen schnell der ist grün der turm den können wir schnell sehen war keine gute idee hängst aufs tor ich bin am tor es sind noch nicht viele tanks da irgendwie wir sind doch gerade wieder weg ja stellen wir kurz den mf öl steht kommt ich stelle ich stelle sie ruft wieder weg so steht ein stehen an sieben steht sie stehen alle auf der anderen eck okay ich habe keinen mehr gesehen der schlicht ich habe irgendwie keinen endo ja das benutzt du fehler finden oder ich bin eigentlich in der nähe da war doch was moment wo ist es denn brauchst du nicht rausholen das tor ist gleich offen ach scheiße juki ja ich habe ich vergisse hier hier der letzte schlag wir sollten uns den turm hauen aber das tor ist jetzt offen tor ist auf 4 3 1 wir schlagen den turm ein so ist offen ja mach mal den turm mit kaputt noch ja s us habe ich jetzt gerade geschmissen hier bürger läuft ich bin Norden auf schenkt gleich mit s us zu den heilern ne hat sich schon erledigt s us habe ich nicht so ist es war nicht nur ne turm ist schon bei 50 40 ja öl etage ist frei oben mit dem netz drin glaube ich so wie das aussah der turm captain ist gleich down er ist down der ist eher schlecht oder hm Dach ist voll ähm ja das ist richtig voll Dach in 3 Boah 2 1 alle aufs Dach ja die kommen schon runter alle aufs Dach Puschen 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 Mein Static ist drin weiter die haben wir im Sack von dem C4 Entschuldig Zählo Boah ich hab nix drauf passt schon weiter Druck machen sind nur noch Reste da gut schülen hier kann man ist auch nix sind die die auch ね Ich bin oben. Hinterm Turm sammeln. Sticken und Sprinten. 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 Ja, geht aber in so eine coole Position. Leicht in die Knie, Gesäß nach unten. Keine Anleitung dazu, sowas bitte. Also wer eine Anleitung braucht, der hat im Leben was versäumt. Und sprinten wieder. Lappen-Stick. Tausend-Ink. Das war's für heute. Sammeln, sticken. Alle dran. Und kommen. Wird gekillt, ja. Okay, rein alle. Von draußen, Inc. Viel Inc. von draußen. Im Südwestturm sind Bomben dran. Die eine Bombe hat einen Volli-BG. Rein alle. Boah. Ins Kiep rein ritzen und drinnen stabil aufstellen. Wir werden hier drinnen gerabtet. Ich versuch's mal von oben. Wirklich vom Inka. Ja, da konnte ich die grad nicht sehen, deshalb... Und hier steht ein MF. Kannst du kurz heilen, dann versuch ich mal... Ja. ... den Finger aufzuhaben. Ja, ich weiß nicht, ob die Caster oben von oben herumverkasten sollen. Ja, warte mal, warte mal, bis sie reinkommen. Ja, nimm mal die Öl-Position. Hast echt ein Problem, sobald du dich auf dem Öl blicken lässt, da. Wer von der Zieggruppe Base braucht, würde zu mir kommen. Rechts im Turm sind drei, vier Mono. Im Eingang. Die Hips pushen jetzt raus. Im Nordwest-Turben sind alles. Geben wir mit raus, ja, ne? Ja, aber nicht zu weit weg, denke ich mal. Erst mal. Irgendwas von mir richtig gemacht. 25.000 Speedfalt. Und was ist, hab ich dir in Kilwächter gehoofet? Alles da oben. Und was ist, hab ich dir in Kilwächter gehoofet? Nicht zu weit weg. Alles da oben. 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 Sticken im Buch War Riccardo wieder da? Oh, nein Barricade wirkt gegen Milie Attacken, ne? Nein, auch gegen Magie Schaden Also sowohl als auch? Nahkampf und Magie, ja Dafür nicht ganz so hoch wie B.A.O.D. Mit dem War Guard von der B.L. Linie haben die aber kein Problem, ne? Nö, das sollte Sticken dann Wichtiger ist Meister Caster denn nicht, weil gegen Tanks haben wir es oft noch zu tun Wichtiger ist Meister Caster denn nicht, weil gegen Tanks haben wir es oft noch zu tun Wichtiger ist Meister Dison Der RL-Druide. Zündet der doch ein paar Kräuter an, oder was? Irgendwann eine Katze, oder? Ehrlich? Der weißt seine Hände gegen den Himmel und sagt, das macht Gips in Gold, bitte. Genau. Ne, das ist Spende von 10 Gold, ne? Ja, ja. Ja, Spende. Die zwei sind nicht überwiesen. Ja, steht da aber immer dran. Ja, wir waren 10 Euro, jetzt sind 17 Gold. Man kann es auch abnehmen, ne? So sind die Zeiten. Ja, ich bin nicht überwiesen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 100 Jahre ist er jetzt nicht in unserer Bildschirm, hallo! Ne, immerhin ist er schon mal Platz. Der hat noch ein Holzgestell. Ist der noch ein Rödenbildschirm oder? TFT hast du gedacht. Monochrom ist das. Ne. So Bernsteinfarben, weißt du, so wie früher die alten Äppeln. Also Zwonky spielt eigentlich Snake. Die spielt das wie die Matrix, die sind nur so Symbole und so. Sie sind nur verschlüsselt. Hm. Nein, passt schon. Keine Ahnung, wir hatten das früher immer, wenn das Gamma falsch eingestellt war. Aber wenn du jetzt die Kamera drehst, dann siehst du schon die Sonne und so. Also. Wenn ich am Rad dreh, sehe ich die Sonne. Hey, ich fummle nichts an meinem PC. Dann ist der hinterher nur kaputt, das macht mein Mann nicht mehr. Nein, wenn du dein Charakter drehst. Hinten guckst oder so, wo war die Sonne scheint, keine Ahnung. Die zwei Alps? Ne. Okay. Ja, die sind jetzt weg. Die Alps sitzen bestimmt. Im Keep, oder? Ink hinter uns. Oh. Oh. Haben wir SOS getündelt. Ich der Metz. Die Metz. Die laufen zu dritt hinter dir hier, das gibt's ja wohl nicht. Sind Barrikade. Zelo, ich bin in Dingens drin. C4. Belassen. Jetzt. Geht er noch zu weit. Namo, ich komm nicht mal an dich ran. Speed drop ist weg. Den Hexer kriegt näher sein. Ich kümmere mich, ich muss wegmachen. Und gleich weiter, Namo. Wenn die alle schön zu uns kommen. Mhm. So sollten wir Tanker sowieso machen. Ist er platt? Sammel jetzt ja. 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 Die können nicht mal sagen, dass wir sie überrannt haben. Die wollten so. Ja. Aber gut gesehen. Wenn man seinen Kampf schon aussuchen kann, dann sollte man auch gescheit aussuchen. Mhm. Ja, die haben wahrscheinlich die ganzen Louris gesehen und dachte, ja, das wird easy mode. Gratze den ja. Ui, Gratz. Ah, danke. Gratu! Gratzu! Gratz! Gratz! Was fallen ja doch ein paar RPs ab, obwohl er nicht bei uns in der Gruppe bist. Oh. Ja. wahrscheinlich hat er die selber gemacht die Kills die stehen nur da und schreien es ist auch schwierig wenn das bloß wenn die ganze Zeit die Banshees alles wegklauen Samstag hatte ich drei Stück das war echt ein Highlight Symphonie zeigt mir irgendwann mal ein Screenshot mit 46 Zählungs als gerade das war irgendwann mal nicht ganz in Ordnung das ist der Eras da oben ja genau Eras Outpost keine Wachenmeldung okay zack brauchen wir nicht hin I need a hero da hatte ich irgendwie 100 was weiß ich wie viel tausend RPs und 46 Kills als Bader ja ja so 18 Feinde waren es am Captain also sind es immer noch die 55 ich schätze mal die werden hier gleich beim Kühl aufschlagen aber dann haben sie wirklich nicht genug sonst würde doch immer noch den oder ja der geht dahin wo er weiß dass da welche sind kommt mir das eigentlich nur so vor da spielen momentan wieder echt viele Leute hero auch solo und so rumlaufen ich meine sie Lukis Träume werden wahr und es gibt wieder mehr Marken was willst du sonst spielen was ist das ja naja die ganze Zeit waren es ja immer Caster eigentlich so die eher so bevorzugt waren aber in letzter Zeit kommt mir irgendwie da war doch in dem Patch gar nichts drin gestanden oder dass der geliebt wird der war schon immer gut ja aber in der Zeit hat halt kaum jemand Marken für gespielt mit Pest 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 Sammeln. Man sieht fast mehr Fiat wie BMs für dich. Ja, wobei BM wurde mir jetzt aber auch gesagt, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, der momentan der schlechteste Dualwielder. Ich glaube, ich habe mich verloren. Wir sind fast am Turm. Also vom Schaden her irgendwie. Der ist doch fast gleich wie ein Söldi. Angeblich nicht. Vom Schaden her. Ich habe selber die Erfahrung nicht gemacht, aber wurde mir gesagt, dass der Söldner viel mehr Schaden macht, angeblich. Das klingt eher wie so eine Grasis, auf der anderen Seite grüner Geschichte. Ja, das kann auch sein. Weil die sind ja wirklich fast 1 zu 1. Ich finde, der Druide braucht Liebe. Was aufs Nes? Baselastan und so. Mhm. Ah, eh, stun oder nicht? Ne, Baselastan wird mir reichen. Ause. Und einen schönen Smite. Und Grubertsch wieder. Oh, bei mir steht gerade alles. Ich bewege mich auch nicht mehr wirklich. Ah, jetzt geht's wieder. Wir sammeln vor dem Tor. Komm, sie schaust mal. Mir fehlen irgendwie zwei Bufs. Ich fragt mich nicht, wie sie heißen. RazeConst fehlt hier und Spectacle. Äh, ja, komm nur hier bitte auf. RazeConst. Ach, meine Konst. Ich bin nur. Ach, schade. So, da ich es mit euren Namen noch nichts zu haben. Bung, Funky. Ach, das ist nicht meine Gruppe. Nö. Sorry. Ach, das ist... Ja, ich muss. Brauchen wir in der Suizidgruppe noch irgendeine Base? Oh, Base-Con, Base-Con brauche ich. Das ist ja ungewöhnlich. Ja, das ist geschiert worden. Ah, echt? Alles für Sorge. Ich würde mir ja Stärke schieren, wenn ich könnte, aber... Da gibt's keine RPs für. Ja. Da macht keiner. Wieso gibt's da keine RPs für? Für Conscious RPs gibt es nur für Trefferpunktsverlust. Ich hab irgendwie... Ich weiß nicht, Anja, fliehst du jetzt gerade raus oder so? Wir haben gerade das Team verloren, alle. Es ist gut möglich. Ja. Sieht so aus, ja. Im Moment ist es noch da. Die Lampen sind wieder grün. Da kannst du es ja an dem... ...Real-Life-Deroiden berichten. Ach, mein Lämpchen wird ab und zu rot. In der Mitte. In der Mitte? Ah. Wobei, wir hatten heute Abend auch Probleme mit T-Online. Nee. Wo wir eingeloggt sind. Habt ihr eigentlich noch eine mechanische Schreibmaschine irgendwie? Oder ist das wirklich die Tastatur? Oder ist das wirklich die Tastatur? Oder ist das wirklich die Tastatur? Das ist meine mechanische Tastatur. Das ist eine mechanische Tastatur, ja. Ah, okay. Mit den falschen... Mit den falschen Tasten. Sie hatte früher davon eine IBM-PS2-Tastatur. Okay. Die wollte ich auch nicht... So viel lauter. Ja, und die wollte ich... Da hat er mich nicht von weggekriegt. Und dann hat er mir irgendwann ein DAS-Keyboard geschenkt. Und das ist wunderbar. Aber es klackert halt auf. Ja, weil es die falschen Taster sind. Ich hab mich da vertan. Sie klackert weniger laut. Das war halb so laut. Im Vergleich. Ja, wichtig ist ja, dass ihr das aushaltet. Ich halte das sehr gut aus. Sie logiert halt einfach die ganze Zeit die Kopfhörer aus. Okay. Ihr müsst noch eine Schallschutzwand zwischen euch aufstellen. Hm. So eine, wie sie so Schlagzeuge manchmal haben. Ja, so eine durchsichtige. Ja, ob durchsichtig oder nicht, muss ich dann entscheiden. Ne, ja, die neue ist wirklich viel leiser. Das geht schon. Was mich mehr nervt, ist, dass sie so unregelmäßig tippt, weil sie kein Zehnfingersystem benutzt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wäre quasi entspannter, wenn das gleichmäßig ist. Genau, ja. Also ich schreibe schon blind, aber meine kleinen Finger sind so kurz. Die kann ich voll nicht benutzen fürs Zehnfingerschreiben. Deswegen ist es halt irgendwie so ein... Da musst du eine flache Tastatur dafür nehmen. So eine Kindertastatur. Wenn ihr die große Mechanische habt, mit den erhobenen Tasten. Dann reicht der wenigstens. Meine Finger bleiben nur klein. Die verändern sich nicht. Ja, aber bei weniger groß ausgestellten Tasten ist der wenig trotzdem kürzer. Ja, aber ich hab mich das jetzt... Ich hab mir das so eingewöhnt. Ich glaube, das werde ich nie wieder umgewöhnen können. Ich bin schnell genug damit. Ist das schon okay. Und... Einfach mal habe ich Zehnfinger gelernt, aber ich schreibe trotzdem noch schneller mit zwei. Echt? Na gut. Ja, beruflich ist das irgendwann hängen geblieben, dass ich damit verdammt schnell werde. Aber, ja. Speed ist weg. Irgendwie. Ja, Fallen haben ausgelöst. Stimmt. Ja. Ah. Der war tot. Der hat aber auch gezählt. Mitzak ist im Beno. Der hat aber auch gezählt. Das ist der Kampf, oder nicht? Ja. Ja, aber der eine, der wollte sich tatsächlich mit Rückwärtsschwimmen entkommen, den musste ich einfach drätseln. Ja. 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 Oben am Hang sind die jetzt schon. Ein bisschen Aufwächern drauf. Ja Moment, ich bin noch ins Dranfeld. Ja, bin dran. Die Metz, komm. Er ist schon tot. Da der Heiler, ja. Danke. Die Metz. Ja, jetzt verstehe ich. Oh oh. Danke, Edi. Schön habt ihr ihn da reingetrügen. So ne Kuhherde. Im Keep ist nix, ich... Power. An dem Turm, ja. An dem Turm, ja. Westen. Jetzt sind wir ein Heiler da. Am Turm. Alps im Nordosten. Guten Abend. Hallo. Hallo. Kappend. Habt ihr noch ein Plätzchen frei? Hat gar nicht, ich glaub, es ist noch welche Einzel dabei. Ich glaub nicht. Ja, ich glaub, es ist noch welche Einzel dabei. Der Turm ist sauber. Was? Öl eben noch. Öl eben noch. Ja. Oh, ich glaub, sie den hat LD. Ich bin auf der Südostseite und habe da noch vier, fünf. Ich versuch mich zu verpissen, aber es klappt nicht mehr. Ja, ich schalte durch. Ja, ich schalte durch. Oder Haupteingang ist praktisch. Ist noch ein Key. Ähm. Ja, ich versuch's doch. Wir sind voll. Guck mal, der haut mich und der heilt mich. Das sieht lustig aus. Ja, hier sind noch so eins bei drei Alps. Guck mal, jetzt kommen die anderen. Wo seid ihr denn? Vor der Haustüre. Ja, der eine im Kondo ist über die Brücke. Also Cerraven ist voll. Wir auch. Wir auch. Aber ich habe eben gehört, dass auch ein oder zwei Solo mitlaufen. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Ähm, Helgo ist nicht dran, oder Markus? Ich bin so kurz. Ich bin so kurz. Ich bin so kurz. Lauf noch nicht allzu weit weg. Ich log grad wieder ein. Falls ich noch da bin. Demus, boffst du mich gleich bitte. Dankeschön. Ja, bin noch da. Ich bin am falschen Zerg. Wir sind im Tief drin. Ja, wir sind hier am... Okay, ich bin da. ... im Tief. Ja, wir sind hier am... Ich bräuchte noch Wasser, da bin ich wieder vollständig. Gondo hier stärkt Konsti bitte. Ich bräuchte noch mal Dex Quick bitte. Ich bräuchte die Base, Bombine. Ich bräuchte die Base, Bombine. Ich bräuchte die Base, Bombine. Er ist irgendwie ungewohnt, da hast du recht. In so einer Statistik werde ich wohl nie auftauchen. Nein, musst du es noch nicht tun. Vielleicht gibts ja irgendwann mal das andere Extrem. Da bist du dann ganz oben. Das stimmt aber nicht ganz, dieses DATS ERS. Demnach wär ich noch nie gestorben. Es geht nicht darum, ob du niemals gestorben bist, sondern wie viele APs hast du gemacht hast, ohne gestorben zu sein. Mhm. Aber ich habe genau die, die ich habe, also die ich angeblich seit meinem letzten Tod hatte. Und ich war ja zwischendurch einmal tot. Einmal darfst du tot sein. Ah, ok. 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 0 und 1 ist gleich fehlend. Das erklärts. Mist, ich habe 2 geschafft. Was macht das für eine... Logisch ist das nicht, oder? Das ein Tod gleich 0 ist. Ja, einmal ist keinmal. Ja, genau. Für was haben sie denn das eingeführt? Naja, ich denke mal, das ist... Also, APs durch Tode geteilt und du tust ja bei 0 halt ein bisschen schwer. Ja, das stimmt. Okay. Ja, es geht erst los auf einem. Sonst kann man das ja nicht schicken. Den würde ich dann wahrscheinlich nie kriegen. Dann lasse ich mir aber meine Heilung richtig teuer bezahlen, ne? Ja, wenn es Bonus gibt für 0 Tode. 5 Pil pro Heel oder so. Das sollte sich dann in der AP als Spur zeigen. Wenn sich die Leute nur am Haus und einfach geändert hat. Wobei die Logik aber doch nicht stimmt, oder? Wenn man jetzt wie immer durch die Tode teilt, dann ist es doch nicht eigentlich I remain standing. Und dann müsste man doch wirklich die Zeit, oder die APs seit dem letzten Tod. Das war ein Alpett-Inc voraus. Das ist doch schon die Nächst. Wenn die Speedfall doch auch noch dazuzählen würden. Rechts am Wasser schon mal Bretone. Ja. Gehen da drauf, oder? Richtung Süden sind die weitergelaufen. Die fallen sollten jetzt eigentlich keine mehr haben. Hallo. Aber echt? Da hat sich tatsächlich ein LD geholt wie früher. Oh, reinzweiter. Die Mets werden jetzt geschenkt. Ja, ja. Dirtphase. Laupil, wo es hat LD. Ah, ich bin mal AFK. Ich stehe ja im Mets. Jetzt nicht mehr. Da hat sich tatsächlich ein LD geholt wie früher. Also ich stehe jetzt hier hinten bei unserem LD. Okay, Richtung Nordwesten ist das. Hello. Stick, Stick. Alle dran. Sieht so aus. Sprint bitte. Rechts ist was. Irgendwo raus am Labi Südosten. Kot. Diert 對. Ich hab gerade 3 bis 5 Sekunden lags in die Hilgors, grad nicht mehr richtig schön. Noch jemand von O-O-O-O-O-Nir? Bei mir ist alles wunderbar. Bei mir gehts auch wieder. Sie dank dir. Dauerrot gerade. Jupp, ich bin raus. Bist du wo, Ecken? Jetzt bist du auch aus Guckenhaus. Jo. Jo. Warten wir einen Moment auf dem O-O-O-O. Ja, so ein Banshee-Porno, weiß nicht. Naja, das gibt alles, ne? Ne, noch nicht. Ich hab gerade wieder einen, ja. Schau mal, wie wir im Specs fehlen mit, wer schräg buffen kann. Gruppe mit Nordwesten. Norden jetzt. Haben wir uns gesehen? Ne, doch. Puschen. Fünf Buffs? Ja. Dann wollen wir den Puschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen wir an den Rest noch dran? Nö. Nö. Wenn, dann weiter. Die drehen um. Okay, drauf. Pushen. Okay, komm zu mir. Wir haben Barrikade. Caster dahinter. Schnellbleiben. War nix, mich castet der... Caster. Filer bräuchte dann hier im Ball gewesen. ... Barrikade läuft. Alps hinkommen. Wir sind ruhig wieder LD. Dements raus. Weiter auf die Alps buschen. Ich hab's in Turk. Dements, Cera. Geht er zu weit? Ja, ich lass es nicht mehr ab. Im Zweifel sterbe ich. Aber denk doch an deine Stats, Mensch. Ey, ich hab den Wechselteil nicht angebracht bei dem. Obwohl er perfekt weggelaufen ist eigentlich. Weiter Druck machen. Bisschen aufsächern und weiter pushen. Wir müssen uns laufen kommen. Ich bin an der Hexe. Noch ne Hexe. Ich geb grad nur Ei. Ich muss mit meiner Aufpassung von alleine. Keine F8 Jux. Alles down? Komm! Juhu. Filer bitte noch! Jem! Ah, Luke ist schon ein Stärke von... Unser... Lui ist nicht da. Ja immer. Ja stimmt. Ich dachte er wär Wendem irgendwie zurückgekommen. Ja, aber er hat ihm wieder LD. Achso, oh je. Na gut, wir wissen ja, er ist nicht so scharf auf RPs, deswegen zieht er immer schon einen Stecker, wenn er inke ist. Und man dran gezogen. Da bin ich wieder. Bibi! 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 Bist du schon wieder hingehen? Nee, noch nicht. Kommt, kann ich ins Spiel, weil die ganze Zeit fliegen direkt hin und log in den Server, please wait. Oha. Aber nur einer. Find another login server, please wait. Du machst es aber auch richtig spannend, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, zum BB sollten wir auch mal, ja. Ah, die hat wohl nicht so viel zu tun gehabt heute. Ich bin nur noch kein einziges Mal gestorben bisher. Irgendwie... Oh, guck mal, da steht was! Was ist das denn? Hallo! Der hat gedacht, was ist denn das Kipp? Der heißt ja auch Not Right In The Head, also nicht richtig im Kopf. Deswegen stand der da. Ich hab auch einen drin. Treffen ist gleich Ende in den Ost. Das ist die Laune aus der Welt. Aber lieber noch malen sichern. Das ist die Laune aus der Welt. Ich habe einen neuen Meilen. Und zwar nicht. Ich bin nur noch nicht in der Welt. Ich bin nur noch nie zu Hause. Und zwar nicht in der Welt. Ich nehme die Benutzten von unterwegs, das ist okay. Ich bin noch nicht da, ich bin aber gleich da, aber der Vorteil dauert gerade länger, ich fühle mich auch noch an einem Missy-Wir. Ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht da. Schaffst du das Bescheid? Ja, ja, ja. Alle da. Okay, go, go. Ok, ok, ok. Sprinten alle, bitte. Okay, go, go. Okay, go, go. Also direkt zum T-Piro ist schon da. Ich kletter rein. Okay, dann kletter ich mal. Okay. 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 well here we have to do it. That OK. Okay. Well, it's right. I can't remember now. I'm Markus aktive and that's many times asänder. Oh yeah. Hal �urt mind đến. Ah, Mist. Danke. Da kommt keiner raus. Auf dem Dach stehen aber wenige. Ruhig, Ruhig, bitte. Ja, komm. Habe ich am Tor noch nicht bekommen. Der Tor ist offen. Ich bin geportet. Der Mietzerk flüchtet vor uns. Das sind mal Zeiten. Naja, die hatten extrem viele Verluste im Hof. Wollen wir die Hütte kleben? Ja, klar. Wenn wir schnell benutzen. Bis jetzt sind wir hier oben zu dritt. Das kacke, wie geht's im Slot? Ich hätte sie da dritt nicht greifen. Alle da? Ja. Ach, wir haben irgendwas. Na toll. So, was haben wir denn getrennt? Keine Ahnung. Kann unser Druid? Ja, bitte. Passt. Auf paar Mal, es aus Outpost. Wir haben was muss altogether to claim an Outpost. Wir sind doch unter Da. Ach nee. Hand die Elbbuch kommt. Huwe. Wenn wir einen Moment warten dann verlieren wir gerade einen Moment. Und dann... ...dill... ...druckt. Okay, warte. Okay. 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 Wir sind alle dran vorm Tor. Das sieht gut aus. So, jetzt können wir wieder klingeln. Am Lord waren es 18. Mal wieder. Und davor waren Feindmeldungen 21. Also hat der Lord schon mal drei umgehauen. Gut gemacht. Oder einer der Wachen. Oder der Lord hat sich verfehlt. Früher hat man die Lords noch gebufft. Okay. 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 bye. like the Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Schwimmrunde ist beendet Da sind sie schon Untertitelung des ZDF, 2020 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 besten ganz oben oder andere jahr um rhein 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 zum ort stelle ich lieg am u lord alle bitte celo komm rein f steht super respekt danke schubst du mich in der gruppe mal eben wieder nach oben ich komme sonst vorher hier nicht mal langsam hier auf dem weg machen und vor 80 was hast du noch so ziemlich so getränkt das ist nicht schlimm ich müsste es nur wissen Janik kannst du mir mal eben die Metzen ich stehe hier oh ne ist schon vorbei danke na eh muss ok Thor ist bei 65 ja ich habe hier gerade Specs gebufft Du musst halt nachher wieder runter nehmen, wenn dann Gas noch mal ist. Ich nehme den Rest, nehme ich jetzt das komische Getränk und dann ist gut. Tor fällt aber sehr langsam, ist jetzt 62. Ja, die sind gleichzeitig am Keep sogar, ne? Auf der Ölebene sind auch zwei. Bleibt hier am Nord. Tor ist 57. Wo ist denn unser, unsere Muku? Die ist ganz woanders, glaube ich. Also ich fühlte, dass das Klammer, ich komme mal hoch. Ne, ich komme, ich den Match schon, ich den Match schon. Okay. Ja, schießt denn jemand auf die Ramme? Ah ja, okay. Die Ramme ist aber auch nicht mehr so groß von denen. Alter, es sind echt nicht so viele, ne? Ja. Aber Jiro muss bald wieder aufbauen. Sollten wir die vorher erledigen, bevor er sie wegnimmt. 1,41, das Turm vor. Ich will ja für einen Auswahl. Ja. Ja. Und wir gehen hier rein. Claudio, wie wärs mit hinten aus dem Turm raus und dann kurz druf und wieder rein? Ja, die stehen ziemlich weit weg vom Turm. Ich bin schon gar nicht mehr so weit weg vom Turm. Ja, das ist schon gar nicht. runter aber noch nicht raus zählen nicht da hinter die tür 13 alle unten bereit machen ausfall wo es ab pushen 321 so heiler bleiben drin okay das sind schon ein paar Eirets rein. Mein ICD. Shit, du hast auch. Oh. Hero ist da. Pushen, pushen. Raus, pushen. Der kommt von der Seite, Hero, jetzt. Okay, ich gehe mit Faden durch und ziehe das Ei. Die gehen durch. Ja, egal. Die gehen bis aufs Dach. Dann geht runter, geht dem das Dach. Hero pusht rein jetzt. Draußen, die Ölebene ist recht sauber. Wasser rechts, sorry. Süd-Süd-Ost, da hauen sie ab. Barrikaden läuft. Eirets oben beim Öl. Ja, Achtung, Leumers. Brauchen wir schnell eine Bombe hier beim Öl. Die sind zehn Leute mit zehn Prozent. Einen hat der Barter erwischt. Die sind schon oben im Kiep auf dem Zinn. Passt auf, ne? Aber bei einer Richtung. Ja, der Kiep gehört ja noch uns. Da ist das innen zwar noch nicht offen. Ja, aber die sind schon oben auf dem Zinn, auf Öl-Ebene. Ja, der Kiep ist noch offen. Hat irgendjemand nur aufgekratzt, der muss hier irgendwo gestorben. Ah, die Lichter noch, Moment. Ja, der Kiep ist noch offen. Okay, Kiep, alle. Gilead, die Mess. Ja, ich bin jetzt. Ich bin noch nicht drin, Moment. Alle, die ich kriege. Oh, ihr seid alle. Was hat der gemetzt? Moment, ich die Mess jetzt. Oh, danke. Achtung, im Südwestturm. Die sind so drin oben. Oh, ja. Falsch an. 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 Wir haben noch einen AFKler, der gerade nicht sprintet Ich komme hinterher, ist kein Problem Er kommt wieder, er kommt wieder Böser, irgendeiner wird richtig zerlegt Oh, okay Oh, hä? Die Ei rützen können? Mein Ei hat noch 40 Sekunden Ne, mein Ei ist vorhin beim Turm draufgegangen Ja, wir sterben jetzt auch Was wir nicht mehr machen Was wir nicht mehr machen Was wir nicht mehr machen Wie es ist, war noch die Künze wieder durch Ja immerhin, erster Vibe noch 2 Stunden Au Was ist denn Annemarie Tag? Ein denkwürdiger Tag ist das Und bei uns wird ein Platz frei Läuft noch jemand im Sinne Was ist das? 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 Das wird so ein Schicksal Das wird so ein Schicksal Das wird so ein Schicksal Ja, sicher zwar Beträtts ja Das wird so ein Schicksal Ich bin der Zeit Das wird so ein Schicksal Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einer unserer Toes fehlt noch, glaube ich. Kiro? Den kann ich zumindest nicht bekommen. Und jetzt ist es noch ein Wettbewerb. Und jetzt ist es noch ein Wettbewerb. Ja, der Hero war zu gierig. Der hätte halt auf uns warten können mit ihm vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017